Musik Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video Ich hoffe euch geht's gut, mir geht's ebenfalls gut und aloha Und wir spielen heute die zweite Folge von Staytuse Und ja, ich bin bei meiner alten Begrüßung geblieben So und äh, ja, jetzt geht's einfach wieder los Und wir latschen mal hier durch meine Siedlung Und ach ja, ich möchte so eine ganz kleine Ankündigung machen Hoppla, ah, ich blinzel Ich hasse das, ich hasse das, ich hasse das, ich hasse das Immer wieder kommt diese Scheiße Das macht mich aggressiv Komm, geht doch Also, wo müssen wir überhaupt lang? Achso, hier, oder? Ich weiß nicht, wo wir lang müssen Ich geh jetzt einfach mal hier lang Gut, es ist eh alles abgesperrt Also was ich Hüpfen kann man hier immer noch nicht So, was ich sagen wollte zum fünften Mal Wow Find the Achso, okay, alles klar So, was ich sagen wollte Äh, ich hab hier in der Ecke Das sieht man aber nicht Die sind hier gut versteckt Meine zwei Cousinchen sitzen Weil, ähm Ja, die wollten einfach nicht hier weg Ich hab die halt nicht wegbekommen Oh mein Gott, Take One ist der Beste Los, Take One ist der Beste, Alter Folg dir in allen Halsen Ah, der kommt mal später, Baby So, ich denke jetzt mal Das ist hier der Eingang Äh, das ist echt der Eingang Oh, schade Ich dachte, ich laufe davor Das wäre so ein Funfact Hä Okay Saving Gut, Leute Das war's Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Ich hab so Angst Find a Security Room Okay Ich muss ein Security Room finden Und die sind meist Eigentlich immer unten Ach, hier ist ein Glas Oh, Alter Wie billig Hä Ich glaub, die macht nix, oder? Oh, ne Tut nix Okay Alles gut So, dann gehen wir jetzt mal hier Den Gang runter Ich hab so Angst Die bleibt da brav stehen Die ist geübt Okay Und dann Das ist Nix gegen den Ich bin jetzt schon wieder Nix gegen diesen Dieses Spiel Mein Deutsch ist auch langsam für den Arsch Ich mag das Spiel sehr Also mir gefällt es jetzt schon Aber die Rolltreppen sind für den Arsch Ey, wegen der Metallgeräusche Das sind ja nicht mal richtige Stufen Es sei denn, dass es sind so So Flughafenrolltreppen Das wird mich dann auch noch Gut, okay, das Okay, Security Room Ach, da sind die Klos Kann man die aufmachen? Kann ich vielleicht hier so Nö, kann ich nicht Ja, gut, okay Das ist das Palifest hier Wo ist denn hier ein Security Room? Security Room Kann ich hier raus? Okay, hier kann man anscheinend wohl nicht durch Security Room Wo bist du? Weiter nach unten geht's auch nicht Das Geile ist ja jetzt Hier ist ein Boah Oh, was ist das denn Süßes? Ne, gut, egal Security Room Ist hier irgendwie In irgendeinem Laden oder so? Mount Mount Mau Mama Mau Hey, ich spiel Also Hey, on Pac-Man Nein Kann ich spielen? Puh, billig scheiß Hä? Irgendwo muss es doch hier einen Security Room geben Oder Was? Ist das denn? Okay Ist das vielleicht alles nur ein Traum? Ja, wo ist das denn so ein Security Room? Oder ist das doch oben? Okay Okay, ich glaube, das ist doch oben Geht's ein Geht's noch weiter nach oben? Ich geh Wow Ich geh noch weiter nach oben Es muss ja hier irgendwo einer sein Also So krass groß ist das Gebäude auch nicht Boah, jetzt seh ich das nochmal von so Meine Fresse Boah Boah, toll Jetzt hab ich mich von so einer Gummipuppe der erschrocken Aber sie bewegt sich nicht, hey Das ist komisch Irgendwas passiert gleich noch Wenn ich diesen Raum gefunden habe, dann Oh Was ist das denn hier? Hey, nice Sehr nice Das ist ein Kino Hey, das sieht ja mal richtig geil aus Was sage ich in letzter Zeit immer? Sehr nice Sehr nice Na, okay Ey, cool, ich kann über die Sitze gehen Woo Oh, jetzt nicht mehr Okay Ah, Security Room, ne? Suchen wir Hä, aber ich find das eigentlich richtig geil So die Animation Und Ach, hier ist noch ein Kino Vor allem find ich auch geil So die Atmosphäre Also die Hä? Ich hab ihn gefunden In Security Room Yeah, Baby Okay Ich hab Angst, dass jetzt hier gleich irgendwie so ein So ein Dingels vor mir steht Äh, hinter mir steht Geht das nicht schneller? Klebt nur ein Pflaster an der Wand? Nein Okay, und? Hallo Boah, hat ja jetzt echt viel, äh, gebracht, ne? Ah Turn the power on the all floors Klar Mach's auch gerne Ich hasse die Splinzeln, ne? Komm, ein bisschen schneller Ich drück jetzt einfach hier durchgehend so Bei der Playstation Bei der Playstation bringt das auch voll oft was Und? Es werde Licht Ich hab keine Angst mehr Die Taschenlampe können wir dann auch ausmachen Äh, ist das Ist das Auch in Läden drin oder so? Sieht nicht so aus jetzt Boah Da kommt jetzt irgendwas Ich hör da was Was ist das? Was ist das? Oha, oha, oha Oh, na toll Ich werd's grad so Ich werd jetzt gleich so sterben Ich werd so sterben Ich werd so sterben Ich werd so sterben Ich werd so sterben Und hier ist Ich bin so Ich frag mich immer noch Wirklich Warum spiel ich sowas? Okay Alter, nee, komm Lässt mich Boah, Junge Das ist so krank Ich weiß Oh fuck Was hab ich Ich Idiot Fuck Ich muss da hinten runter Äh Ah, ich hasse das Blinzeln Ich laufe da immer irgendwo vor Wenn ich blinzel Oh Fuck Ne, 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 ne Nicht echt jetzt Nein 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 Ey, das ist so krank Verarsche Echt, jetzt muss ich die wieder alle anmachen Ey, das ist so behindert Ne, wirklich Das ist so krank Ey, ich hasse das jetzt So krass Ey, aber was ist das für ein Viech Ich hab das Das ist das Was die ganze Zeit Diese Geräusche macht Und ich dachte irgendwie Dass da jetzt wieder Irgendwas mit den Puppen losgeht Oder so Ist ja hindert Behindert Ah Ich hasse das Das ist die Klaven Kleinwerbung Ich geh nicht Komm Wie Boah Das ist einfach so krass schwer Das ist einfach so krass Fuck, die steht direkt da Ich muss irgendwo anders hin locken Ich lock dich einfach weiter nach hierhin Ganz schön anmachen Fuck, der ist so nah Der ist so nah Und wieder in den Hebel los Und Nice Fuck Ah, das weckt gerade Nein Ist das wenn ich jetzt da Voll hoch rausrenne Fuck Der versperrt mir einfach den Weg Ich Da ist ja Penner Goten Ciao Turn all the lights on the floor Oh fuck Muss ich jetzt hier noch mehr anmachen oder was? Hier oben Boah ok Hier im Kino Die sind auch hier im Kino Ok Das ist einfach so eine krasse Anspannung bei dem Spiel Weil du weißt du wirst es ständig beobachtet Ah Und weil du weißt dass du ständig beobachtet wirst Hast du dann einfach einen saukrankten Druck Da steht das Opfer wieder So Abgespeichert Oh weg auf Ok Da muss ich jetzt hier so Schalter finden Mhm Mhm Okay 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 Mhm Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh nein. Fuck, was jetzt? Alter Schwede. Das hätte jetzt auch voll in die Hose gehen können. Oh Gott. Also bei solchen Spielen wünsche ich mir manchmal, dass jetzt gleich was Friedliches kommt. Irgendwie so... Irgendwie so... Oh, sehr gut. Irgendwie so ein... Ja... Irgendwas Fröhliches auf jeden Fall. Ich mag das nicht, wenn er die Augen zu macht. Und plupp. Es wäre Licht. Es werde Licht. Wow. Alter, vor dem Ding. Ey, diese gelben Mützen, die gehen mir manchmal so auf die Eier. Aber ich denke immer, das wäre so ein Kasten. Ich denke immer, das wäre so ein Kasten. Oh, fuck. Oh, fuck. Nicht die Augen zu machen. Und jetzt? Was jetzt? Ist hier noch irgendwo so ein Kasten? Ey, siehst du da hinten diese gelbe Mützen? Ich dachte schon wieder. Aber hier war schon ein Kasten, genau. Hier ist noch einer. Wie lange geht's schon? Okay, lange genug. Um einfach richtig anzuhangen. Ich kann nicht mehr richtig sprechen. meine Cousinen sind auch nicht mehr hier. Boah. Alter. Okay, da hinten ist, glaube ich, noch was. Ich hoffe, wir haben es dann auch geschafft, weil ich halte es nicht mehr durch, wirklich. Ich bin gerade irgendwie so kaputt. Ich kann nicht mehr. Wie ist... Come out of the mall. Okay, ich soll aus der Halle jetzt gehen. Gut, hier geht's nicht. Wo ist denn der Ausgang überhaupt? Für mich sieht hier so vieles gleich aus. Das leckt gerade so ein bisschen. Ich glaube, wir müssen hier lang. Und da hinten ist, glaube ich, dann der Ausgang. Ich weiß das gar nicht mehr. Irgendwo ist hier... Wie bin ich denn reingekommen überhaupt? Okay. Doch weiter unten? Müssen wir doch nach unten? Ja, irgendwie leckt das hier total. So, ich gehe jetzt nochmal in eine Etage höher. Geht gar nicht höher, ich schlau kopf. Alter, das war knapp. Ebenfalls sauknapp. Ich glaube, ich habe den Ausgang gefunden, oder? Das muss doch da sein. Hä? Hier vielleicht? Hä? Was ist das denn für ein Scheiß? Hier vielleicht? Ich bin echt kaputt gerade. Das Spiel, das macht einen so fertig. So. Auch immer, was wir jetzt machen müssen. Es ist mir nämlich egal. Weil, wir machen da das nächste Mal weiter. Deswegen wünsche ich euch schon mal einen wunderschönen Abendtag. Keine Ahnung, wann ihr das Video schaut. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, falls ihr überhaupt welche zuschaut habt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Haut einfach rein. Ich... Geh. Ciao. Euer Flo. .